Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Don't Starve Together mit dabei der Denkser mit Sonnenhut und der Wexer mit Sonnenhut. Hallo. Ich werde jetzt auch erstmal einen kleinen Regenschutz bauen. Da kannst du mal bitte die Karotte aberben hier. Alter hier ist wieder ein Truthahn Leute. Ja holt ihn euch. Die spawnen immer bei uns. Exhalts, spawnen noch einen zweiten Mann. Äh warte, mein Sperr. Wo hab ich meinen Sperr hingepackt gerade? Ja, ich hab ihn. Scheiße. Egal, die Axt. Am besten rein oder in die Ecke da unten wechseln. In die Ecke, genau. Nein. Warte, warte, du bleibst oben, du bleibst oben. Ja. Und jetzt links. Hallo. Der ist einfach an mir vorbei. Ja. Ich weiß nicht, wie man Fischstäbchen herstellt. Alter. Fischstäbchen heilen. Deshalb Fischstäbchen heilen extrem viel. Ja, na, na. Ja, 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 ja. Und drauf. Jetzt haben wir ihn. Jawoll. Jawoll. Oh, scheiße. Wir haben eh eine Mauer eingerissen. Na. Geil. Abkürzung. So. Ahne, den Speer hab ich gerade in meinen Rucksack gepackt. Ähm. Ich wollte mal... Ne, warte, ich wollte erstmal Gras sammeln. Ich will mir auch so einen Hut machen. Ähm, der Hut bringt doch wahrscheinlich auch im Hochsommer was, ne? Ja, der kühlt. Das ist gut. Wie viel Gras braucht man? Hat er auch einen negativen Effekt? Äh. Okay. Wie viel Gras braucht man? Zwölf. Du hast doch schon einen. Ja, ne, ich hab noch sechste Klaver hier. Willst du es haben? Ach so. Das sag ich natürlich nicht nein, ey. Ich hab fünf. Ja, warte, dann mach ich dir gleich noch einen Hut. Äh. Wo mach ich den nochmal? Überleben. Ne, Quatsch. Unter Kleidung. Kleidung. Licht, Werkzeuge, Nahrung, Wissenschaft, Beredelung, Kleidung, da unten. Zack. Da ist er. Ja. So. Zack. Geil, danke, ey. Wie der. Die Strohhutbande. Ähm. Was wollte ich mir jetzt eigentlich herstellen? Scheiße. Vergessen. Scheiße, willst du dir herstellen? Alter. Nö, davon haben wir acht Stück in der Truhe zu liegen. Na, geil, ey. Wird schon wieder nacht werden, ey. Ist dir das zu fassen? Wird schon wieder dunkel und ich hab noch nicht mal was gemacht. Ja, ne? Ist krass. Muss auf jeden Fall nach die Fallen umgucken. Ich guck nach den Fallen unten. Ich fäll' die Bäume hier. Und hab ich nämlich ganze fünf Fallen hier jetzt hingelegt. Okay, da ist nix drin. Hier ist auch nix drin. So, hat der Baum seine Blätter verloren. Ich hab mich gerade übel zerschraubt. Ah, da ist was drin. Sehr schön. Ja, ne? Da denkst du, da kommt sonst was für ein Vieh, ey. Ne, wieder dieser hässliche Baumgeist. Vom letzten Mal. Oh, nice. Ein Hase ist schon mal drin. Von mir auch. Kann ich wieder Fleischbällchen herballern? Geil, Fleischbällchen. Ist jetzt wirklich das am wirfsten, ne? Bis jetzt auf jeden Fall. Was Nahrung angeht, ja. Von allen oder was wir bis jetzt herstellen können? Äh, ich glaub, was wir bis jetzt herstellen können. Noch Nasen. Pilze. Äh. Nein! Ich hab's freigelassen. Verdammt! Äh. Kann ich Pilze auch bei uns pflanzen? Nein. In dem Garten. Ich weiß nicht, was Pilze bringen. Also Pilze bringen schon was, aber ich weiß nicht genau was. Okay. Ich hab's Kaninchen freigelassen. Scheiße! Ja, geh, geh. Naja, eh ein Fleischbällchen weh. Ja, du scheiß Vieh. Die geb ich mal mit der Schaufel. Äh. So. Was war das her? Hier, ich muss wieder ein bisschen Holz nachtanken. So. Okay. Oha. Okay, äh. Ähm, ich werd mich danach erstmal hinlegen. Oder? Ach nee, es geht noch. Einmal. Einmal. Hab ich ne Fackel? Hab ich zufällig ne Fackel? Ja, ich hab ne Fackel. Okay. Nee. Doch. Oh. Oh, fuck. Puh, war knapp. Ja, das habe ich jetzt auch nicht mitbekommen. Der scheiß Tisch. Warte mal. Ähm, ich muss sagen... Hör auf, ey. Ich muss sagen, ich vermisse diese Wölfe. Ich will den anzünden, dann nervt er uns nicht mehr. Äh, was? Ich wollte den Tisch gerade anzünden, der hier steht. Nein, das muss nicht. Da fuck er dir alles ab. Ja, gut. Ich komme nicht rein. Von oben kommt nein. Kann ich jetzt was kaufen, denkst du? Ja. Okay. So, was gibt es denn heute, Leckeres? Oh, sobald ist wieder Vollmond, da muss ich mir in Acht nehmen. Was haltet ihr eigentlich von meiner neuen Axt? Äh, schön. Was kann die? Die hält einfach nur länger durch. Okay. Ja, meine hält von Anfang an durch. Ach ja? Ich habe auch eine Spitzhacke, die golden ist. Was würde ich denn damit? Dein abbauen. Hier unten ist auch eine Spitzhacke und Nackst. So, Feldfrucht, Feldfrucht, Feldfrucht. Okay. Geil! Oh, von unten kommen jetzt die auch noch. Fleischbällchen. Richtig asozial. Ja, macht mal das. Hörst du? Jetzt kommt der Tisch hier noch rein, ey. Meine Hand will gar nicht mehr. Geht der automatisch schon zurück? Schön. Oh, oh. Der Winter ist da. Uha. Was zum Fick? Ist unsere Ernte gerade kaputt gegangen? Was war das? Die Guide. So, worauf müssen wir jetzt achten, denkst du? Dass ihr nicht erfriert. Gib mir meinen Stein her. Wie hast du den Stein hergestellt? Äh, unter... Überleben. Okay. Und dann, äh, neun Steine und, äh, 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 zehn Steine, eine Spitzhacke und Feuersteine. Toll, ich hab keine Steine. Da hab ich euch hingelegt. Neun Stück. Ach da. Wärmestein. Genau. Okay, ich brauch noch sieben Steine und drei Feuersteine. Ich glaub, äh, eine hatten war... Wenn euch kalt ist, könnt ihr auch irgendwas anziehen und euch in der Nähe vom Feuer stellen. Nö. Wo war der... Wo war der Wärmestein? Kann mir das jemand... Überleben. 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 Wäldsalbe. Vogelfalle. Ne, leg die Fackel hin! Ne, es ist noch kein Winter. Es ist Winteranfang nur. Also es ist noch nicht der harte Winter. Kompass. Ah, hier Wärmestein. Ach so, äh, eine Spitzhacke fehlt. Alles klar. Ja, ist noch nicht der harte Winter, also... Oh, die Harten kommen da. Alles gut. Alles klar. Denk mal, wir haben noch mehr Steine mit, ne? Was sind das für Viecher? Pinguine. Greif die bloß nicht an. Ich wollte die gerade angreifen. Nein, die greift nicht an alle an. Ich glaub, das ist gutes Futter. Ne, die Schatz sind nicht zu hart. P.O. schwer. Schneevogel. Alter, hier ist Eis. Hier sind Eisbrocken. Kann ich die abbauen? Ja, kannst du abbauen. Was gibt's da Schönes? Gut, kannst du kochen. Wow. Zwei Fleisch, zwei Eis, hast du Fleischbällchen. Wie, das Eis? Kann man... Wait, das Eis mit dem Eis ist Lebensmittel? Ja, mehr oder weniger. Da kannst du halt Sachen mitmachen. Geil. So, die Fallen hier unten sind auch schon fast, ähm, am Arsch sozusagen. Klapper. Ja. Kleiner Tipp, rasier dich jetzt nicht. Ja, hab ich mir schon gedacht, ey. Da kommen die Pinguiner aus dem Wasser gejumpt. Ich hab mich auch erschrocken. Ich dachte, was ist das jetzt, ey? Ah, Meteoriten! Meteoriten! Baumgeist! Baumgeist! Was? Wie kann ein Baumgeist... Scheiße, ich muss hier weg. Oh nein. Was denn? Ich hab deinem Baby nix getan. Geh weg! Ich hab dem einen nix getan. Verpiss dich, du scheiß Tallbird. Nein, die sind überall Tallbirds. Scheiße, die Krea hat ne... ...Dame mitgenommen. Mist. Oh, verdammt. Äh... Ah, gut. Guck mal hier, guck mal. Ich pflanze neu. Genau, bleib schön, brav. Oh, ja, komm. Das stimmt. Ja, das ist ein Wasser gejumpt. Sind die glatt. Mist, Viecher! Okay. Ich muss wieder ein paar Bäume umlegen hier. Was wollte ich denn eigentlich? Genau. Ähm, Jungs, wir kommen bald nicht mehr rein, weil dieser scheiß Tisch dazwischen steht, ne? Zwischen Ausgang und... Ach, das wollte ich ja bauen. Als Spinguine. Hallo! Hallo! So langsam wieder Nacht, ne? Das... Ja. Richtig duß sei. Oh nein, mir ist kalt. Mir ist kalt. Schnell Feuer machen. Die haben ein Ei fallen gelassen. Kann ich das Ei aufnehmen? Ja. Aber, nee, wobei? Eigentlich nicht, nein. Äh, ja. Wo ist das Ei hin? Hier war doch gerade ein Ei. Vielleicht hast du es schon aufgenommen. Ich weiß nicht, wie die Pinguine reagieren, wenn man das Ei nimmt. Ja, finden wir es heraus. Der scheiß Tisch. Ich würde die Pinguine auch gerne zu, ähm, Pinguin-Ragout verarbeiten. Na, das glaube ich dir. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, diese Vögel einzufangen? Vögel, ja, mit Vogelfallen. Vogelfallen? Also, dieser Tisch, ne? Ich bin so knapp davor, den anzuzünden. Überleben. Verräterisches Herz zur Wiederbelebung eines Freundes. Komm, mach hinne. Nice. Honigumschlag zum Wunden heilen. Vogelfalle. Zum Fang fliegender Kreaturen. Da brauchen wir vier Spinnennetze dazu. Haben wir noch irgendwo Spinnennetze? Äh, hier Spinnen... Ich weiß nicht, wo welche sind. Wie viel kriegt man raus, wenn du dich rasieren würdest? Ah, der kriegt plötzlich Schnee. Der Winter ist da. Oh nein. Ging ja schnell, ey. Ich kann mich noch erinnern, ey. Vor drei Tagen war es noch Sommer, ey. Wir hatten ja nie im Sommer, Alter. Das war nur Herz. Ach so. Alles klar. Gut zu wissen, ey. Ich bringe erst mal das eine Vieh hier um. Das macht nämlich bald einen Abgang. Gleich mal ausknüppeln. Yeah. Overall. Ist es eigentlich bloß kosmetisch oder bringt der da so auch wirklich was? Du brauchst mir so auch nur kosmetisch. Okay. Ähm. Nein. Gehst du? Okay, dann würde ich denken, weil wenn wir Vogelfallen bauen können... Hier fliegen wir mehr rum als... ...als man eigentlich... Aber was brauchen wir überhaupt für die Vogelfallen? Vielleicht haben wir noch irgendwo... Ähm, eine Spinnseide. Äh, klar. Und sich Vögel dann nicht schlachten, sondern einfach so ins Feuer halten. Okay. Wie das geht? Müsste. Weil ansonsten bekommt ihr nur Federn raus. Okay. Geil, ich habe so viele Hasen geknüppelt. Kann ordentlich Fleischsperrchen produzieren. Halten die sich eine Weile? Ähm, ein bisschen, ja. Ich habe gesagt, bring die Hasen nicht direkt um. Ja, die halt die, ähm, einfach schwenden aber auch hier. Nein, eigentlich nicht. Hier, klar. Oh, geil. Danke, Wexane. Boah. Geile Scheiße, ey. Oh, das Feuer war jetzt ganz schön knapp. Ähm, wollen wir mal losziehen und Spinnseide farmen? Ähm, ja. Im Winter kriegt ihr keine... Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Im Winter kriegen wir keine? Nein. Was? Okay. Ja, wenn du kurz wartest, ähm, ich würde gerne noch einmal Fleischbällchen ballern. Ja. Alter, ich nehme auf jeden Fall die Eisbrocken mit, die sind Gold wert. Ja, die braucht man sowieso für den Sommer ein paar. Finde ich sich so lange halten. Ja, es geht. Ich wollte mir eine neue Spitzhacke machen. Ach, scheiße, da brauche ich Steine dazu. Feuerstein. So, ich wäre bereit. Warte mal, warte mal. Mondstein, Feuerstein. Warte, wechseln, geht gleich los. Du musst ein neuer Dings herstellen und eine neue Axt. Nee, das geht noch. Okay. Wir können ja mal gucken gehen. Auf jeden Fall gehe ich dazu um erstmal bei die Fallen nochmal. Ich komme mit. Ich komme mit. Warte mal, wo habe ich denn jetzt, äh, da ist die Spitzhacke. Da liegt das Ei. Ich nehme jetzt einfach mal, ich probiere jetzt einfach mal so ein Ei aufzunehmen. Jetzt haben die das Ei wieder verschoben. Ich habe, ich glaube, die, die, ähm, sobald da jemand kommt, verstecken die das. Ja, na klar, muss ja. Also, ich möchte den so gern, ich möchte die so gern mit meiner Spitzhacke konfrontieren, ne? Wenn die dir so auf den Keks? Ja. Vor allem, weil die auch Fleisch geben würden, ey. Oh, dann schmilzt das Ei. Das Eis schmilzt hier. Das Eis ist geschmolzen. Ja, ist normal. Oh, hier, schon wieder Frühling? Nee. Ah, die haben die Eier versteckt, ja, ja. Ne, Frühling nicht direkt, aber, äh. Es wird schon wärmer, so wie es scheint. Es ist ein wärmerer Tag mal. Okay. Also, hier habe ich jetzt bloß ein Hasenroß bekommen. Okay. Und die Spinnen, die waren hier drüben. Ähm, wo habe ich meine, ja. Mir wird kalt. Ab ins Feuer. Kann ich eine Fackel anlegen? Nein, hilft nicht. Feuer, wie brauche ich denn Feuer, ey? It's cold! Ja, kriegst du Schaden. Äh, äh, äh. Alter, danke, Wechsel. Puh. Wurde die auch kalt? Nö. Mir fehlen Steine, um ein Feuer zu machen. Kann ich hier ein kleines Feuer machen? Wurde sagen, ein kleines Feuer reicht. Ne, da fehlt mir Gras, ey. Das ganze Gras abgeladen im Lager. Ich mach Gras. Alter, Baumbad, was willst du? Äh, wie redest du mit mir? Ach, scheiße, hier ist einfach falsch. Ja, wir müssen neu ins weiter links. Hier ist Gras. Oh, stimmt, Gras bräuchte die auch mal mehr. Wechseln, sammel die Pilze ein, die können wir essen. Ja? Ja. Ja, aber die schaden euch auch. Was? Eins, der geht runter, die anderen beiden gehen hoch. Also ich hab bis jetzt damit eine gute Erfahrung gemacht. Aus denen hab ich sogar auch schon Fleischbärchen gebaut. Okay, dann mach ich. Äh, gekocht. Ja, Fleischbärchen musst du zweimal Fleisch für haben und dein Rest ist egal. Ne, einmal Fleisch reicht zu. Echt? Okay. Ja, das stimmt, einmal Fleisch. Ich hab nämlich einmal Fleisch und dreimal Eis reingeknüppelt. Ach, scheiße. Ja, es wird schon wieder kalt. Ich muss wieder kurz nur zum Feuer gehen. Bald hab ich ein Bad, ey. Pilze, okay. Wo ist das scheiß Feuer? Ach, da ist es. Okay, ich nehm Pilze mit. Ich hab jetzt einen grünen Pilz. Grüne Pilzkappe. Grünkappe. Ich google gleich mal, was die Pilze machen, ey. So, ich brauch noch einmal Gras. Wechseln, ich komm gleich wieder zurück, aber es wird sowieso gleich wieder dunkel. Ja. Oh, das ist noch 50% auf meiner Fackel. Habt ihr was zu essen? Hm, nicht wirklich, ne. Scheiße. Ich hab noch was. Ne, ich geh jetzt wieder zurück. Wechseln, das wird mir hier zu gefährlich. Jo, alles klar. Ich mach bloß nochmal einen kurzen Zwischenstopp bei dem Feuer. Damit ich hier eine Beere in und das Gras, dann komm ich auch wieder zurück. Das wird wieder sehr gesagt knapp für mich. Vielleicht auf dem Weg ein bisschen schneller, man merkt's ja, aber... LoL, der Bulle hat einen wunden Arsch. Der hat zu viel geschissen, wahrscheinlich. Ja, der wurde rot angezeigt am Arsch. Guti. Guti. Da oben nochmal über die Fallen. Ja, nimmt eure A. Das wird knapp. Das wird knapp wechseln. Ja, ich hab ja noch eine Fackel von 55%. Ja, mein, da hab ich noch eh den Hasen umgebracht. Oh, mir wird kalt. Schnell zum Feuer. Ich werd noch eine Fackel zur Sicherheit herstellen. Ja. Oh. Ähm. Hast du was zu essen, denkst du? Nö. Oh, shit. Danke schön. Komm schon, ich bin doch gleich da. Ja, voll. Boah, das war knapp. Mir wurde auch gerade kalt. So, ich glaub, da koche ich mir mal ein kleines Kaninchen. Äh, kleines Fleischbällchen. Auch die ankommt. So, und dann lege ich mich mal wieder schlafen, weil meine, ähm... Ne? Die werden schon wieder... Ich hör schon wieder diese Stimme im Kopf, ey. Die Stimme. Geil. Klar, aber wo hast du den Rasierer hingetan? Den hab ich hier. Gib mir den. Willst du denn? Ja, ja. Weil mein Bart hält im Gegensatz zu deinem nicht warm. Ach so. Ja, geil, da haben wir jetzt Spinnenseite. Können wir Vogelfallen bauen. Nein. Gib mir den von mir da her. Bitte. Riecht hier, Eos. Was Eko ist. Ich sorgte dafür, dass wir das zu fressen haben gleich. Wie denn? Weil ein Schweißblatt isst. Äh, wo war denn das mit dem Schlafen? Ich müsste hoch mal wieder. Diese Strohrolle. Ja. Das hier, hier, Jungs, hier, könnt ihr angeln. Wo war die? Ah. Wer war? Ähm, überleben. Unter überleben. Sieht aus wie so ein Melsack. Ihr habt da noch ein bisschen Eis. Geil, Eis, 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 Baby. Eine Grünkappe. Geil, Grünkappen. Die hab ich am liebsten. War denn das jetzt... Hier ist das Seil. Ein Seil. Steine hab ich noch ein paar mitgebracht. Ein paar Feuersteine. It's too scary to sleep. Mann. Also ich hab einen guten Schlaf. Alter, die Hand. Lol, ich brauch einfach da nur liegen und die haut schon ab. It's too scary to sleep. Ah, fick dich doch. Scheiße, der Wechsel wird verrückt, denkst du. Ey, die schieben. Okay. Boah, tönlich, jetzt kann ich noch nicht mal pennen, ey. Äh, was würde ich mit suchen gehen? Weiß ich gar nicht. Ne Angel mitnehmen und angeln gehen? Achso. Ja, stimmt. Ne Angel müssen auch mitnehmen, ey. Angeln, angeln, angeln. Da. Geil. Oh, nice. Aber so eine Vorgefalle wäre auch nicht. Guck mal, wie viel Vögel hier rumfällt. Ja, der Versuch hat die Vorgefall zu bauen. Und dieses Angeln, das kann ich bloß in diesen komischen Tümpeln, ne? Ja. Hm, okay. Okay. Ah, scheiße, jetzt wird's wieder kalt. Ich hör hier komische Geräusche übrigens. Ja. Marmorspros, was sind das hier für Marmorsprosse? Kann sein, dass das der Wintergigant ist. Sicher? Das hört sich ganz nach den Wölfen wieder an. Ja. Würde ich auch sagen. Ja, stimmt. Also ich bleib in der Base. Ich bleib in der Base, Jungs. Ja, das sind die Wölfe. Und wie es weitergeht, liebe Leute. Ob wir den Wölfen entkommen werden, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Nee. Nee.